Willkommen in meine Wellnessklinik. Möchten Sie gerne ein Beratungsgespräch buchen oder eine Behandlung planen? Beide sind mit nur wenigen Mausklicks durchführbar. Mit unserer Plattform Planen und Buchen können Sie Ihre Termine unkompliziert und schnell arrangieren. Bei einer Online-Buchung bekommen Sie außerdem eine Ermäßigung auf Ihr Beratungsgespräch. Um ein Kundenkonto zu erstellen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und füllen Sie die Angaben zu Ihrer Person aus. Einen Termin mit einem unserer führenden Ärzte vereinbaren Sie mit einem anschließenden Klick auf Beratungsgespräch. Falls Sie bereits ein Beratungsgespräch in unserer Klinik vereinbart haben und jetzt gerne eine Behandlung buchen möchten, gehen Sie direkt weiter zur Behandlung oder wählen Sie die Möglichkeit Next Day Surgery. Unsere exklusive Leistung, die es Ihnen möglich macht, das Beratungsgespräch und die Behandlung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und zwar ohne jegliche Zusatzgebühr zu absolvieren. Diese Möglichkeit eignet sich insbesondere für diejenigen, die aus dem Ausland anreisen. Fahren Sie fort mit dem Eingriff, dem Sie sich gerne unterziehen möchten. Füllen Sie den Fragebogen aus und falls Sie dazu aufgefordert werden, laden Sie Ihre für den von Ihnen ausgewählten Eingriff relevanten Bilder hoch. Das hilft unseren Ärzten, sich besser auf Ihren Besuch vorzubereiten. Aufgrund der von Ihnen übermittelten Informationen wählen wir den geeignetsten und erfahrensten Spezialisten für Sie aus. Entscheiden Sie sich ferner für ein passendes Datum und bestätigen Sie Ihre Buchung mit der Bezahlung der Buchungsgebühr. Mit diesem Schritt wird die gesamte Online-Buchung abgeschlossen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Wellness-Klinik. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Wellness-Klinik. Live the best version of yourself.